Er kauft einen Wildfang bei mir und deklariert ihn dann als Nachzucht. Der Dreifarbenwaran, den er bei mir kauft, verlässt Jakarta also als legales Tier. Fakt ist, der Wildfang vieler Arten ist eigentlich nicht mehr verantwortlich. Wenn die wissenschaftliche Behörde sagt, wir sollten eventuell eine Nullquote verhängen, da kann es sein, dass die Managementbehörde sagt, nein, wir glauben nicht, wir brauchen eine Nullquote. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.